Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf Hyperframes. Ja, wie ihr seht, ich habe das 300 Abonnenten Gewinnspiel offen, zumindest das Video davon. Ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig und zwar, wer gewinnt all diese schönen Sachen. Seit 0 Uhr dieser Nacht ist das Gewinnspiel beendet, ich habe keine weiteren Kommentare zugelassen. Wir haben den 1.9.2016, es ist um 15.06 Uhr ganz genau. Ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal den Link und füge den hier rein. Hier im Random Comment Picker habe ich das gemacht und jetzt geht es los. Wir lassen den mal durchrödeln. Mal gucken. 151 Kommentare, 99 Likes. Vielen herzlichen Dank dafür, ihr seid echt Wahnsinn. Und jetzt gucken wir mal, gewonnen hat. Die Stimmung steigt, ja ich hoffe bei euch steigt die Stimmung. Die Spannung steigt und der Gewinner ist. MSD Fireworks. Recht herzlichen Glückwunsch. Du hast mein 300 Abonnenten Gewinnspiel gewonnen. All diese wunderschönen Sachen gehen jetzt an dich. Ich werde jetzt auch gleich Kontakt mit dir aufnehmen. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Seid nicht traurig, wenn das nicht geklappt hat. Ich habe viele Kommentare gekriegt, ob man das nicht aufsplitten könnte. Ich werde es beim nächsten Gewinnspiel, werde ich das machen. Es wird drei Gewinner geben. Dann ist die Chance etwas höher, was abzusahnen beim Hyperframes. Seid bitte nicht traurig. Es kann nun mal leider nur einer gewinnen oder dann halt ab beim nächsten Mal drei Leute. Ich werde das schon machen. So ihr Lieben, jetzt habe ich noch eine Ankündigung. Und zwar wird es einen Livestream geben. Und zwar am 2.9. Freitagabend 21 Uhr mit, natürlich mit wem, mit Drink, Coke or Die. Wir haben uns jetzt einige Wochen nicht gesprochen. Und wir sind ganz heiß drauf, mal wieder miteinander ein bisschen plaudern zu können. Und vielleicht kommt auch noch der Pyrofreaks NRW dazu. Er wusste noch nicht genau, ob er es schafft zeitlich. Ansonsten schaltet morgen Abend ein ab 21 Uhr. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns wieder unterstützt mit euren netten Kommentaren oder euren netten Fragen. Wir versuchen dann immer darauf zu antworten. Vielleicht gibt es noch ein Live-Gewinnspiel. Das überlege ich mir noch. Irgendwas passiert ja bei mir immer in meinen Livestreams. Also vielen Dank fürs Einschalten. Beim nächsten Mal wieder mitmachen. Nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch an MSD Fireworks. Du hast alles gewonnen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Euer Hyperframes. Euer Hyper Schule. Ciao. Ich bin L.